Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer 4hees80 mit einem neuen Steelbook Unboxing Video für euch und eigentlich kann man es heute als Double Steelbook Unboxing Video ansehen, denn ich bekam ein Paket von meinem lieben Freund, dem lieben Alex und er hat mir zwei Steelbooks zugeschickt, die ich von ihm abgekauft habe und Alex, kommt der euch bekannt vor? Ja, mir auf jeden Fall, denn er hat mir die schönen T-Shirts geschickt, was ihr mal angucken könnt in der 4hees ersten Modenschau und natürlich zu diesem besonderen Anlass habe ich natürlich auch ein T-Shirt von dir angezogen. Leider wollte ich auch das Captain Marvel T-Shirt ansehen, bloß das war mir ein bisschen zu eng und dann hätte ich ausgesehen wie eine Presswurst und ich glaube, das will kein Mensch sehen. Und ja, hier auf jeden Fall ist das Paket drin, ja das Paket, die zwei Steelbooks drin und wir machen einfach mal auf und ihr wisst schon, weil es um die Zabi Steelbooks von den letzten Marvel Filmen, nämlich Captain Marvel und auch Avengers Endgame und ich hoffe, ich bekomme es hier eigentlich auf. Und dann, ah naja, du bist einfach unglaublich und schon viele ein T-Shirt, unglaublich geil, oh, das schaut doch stark aus. Wow, cool. Das schaue ich mal hier, das, rated direct side. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Und hier wunderbar verpackt, also es kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen, hoffe ich jetzt mal. Und zwar die beiden Steelbooks zu Captain Marvel und zu Avengers Endgame. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo jetzt was drin ist. Ich mache es einfach mal auf, denn der liebe Alex kauft nämlich immer alle Steelbooks gleich zweimal. Falls eines kaputt gehen sollte für ihn, das ist jetzt gleich zweimal gekauft. Und natürlich jetzt hier ist es eben, hier haben wir jetzt hier, wei, das schaut doch wirklich gut aus. Hier haben wir Endgame und einmal dann haben wir hier Captain Marvel. Und Captain Marvel kam ja eigentlich, oh mein Gott, gut zugeklebt, mein Freund, gut zugeklebt. Und jetzt haben wir es. Und Captain Marvel kam ja weiter, weiter, vorher raus. Und deswegen werden wir auch mit Captain Marvel mal anfangen und das gefällt mir auch richtig schön gut. So, okay, wir fangen mal an. Mit dem Captain Marvel Steelbook hier in der 4K Blu-ray Steelbook Version. Und hier haben wir dann die deutsche Version und ich habe ja auch alle von den Savile Steelbooks. Und eigentlich wollte ich es eigentlich alle verkaufen, aber irgendwie habe ich doch ein bisschen Mitleid mit den ganzen Steelbooks. Ich will es eigentlich schon verkaufen, aber eigentlich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht werden es noch verkauft. Wenn es soweit sein sollte, wird es auf jeden Fall erfahren. Und ja, hier eben jetzt das Captain Marvel Steelbook mit dem coolen Nikolamotiv vorne drauf. Was also kein großer Flip-Flop-Effekt haben könnte. Und hier natürlich die geheime Hauptcharakter von dem ganzen Film, nämlich die Katze. Der Film geht in 123 Minuten. Und wir haben hier auf der 4K und auch auf der Blu-ray ein deutsches Tonformat. Und da bin ich schon auf die 4K. Wir sind schon sehr gespannt. Und wir malen einfach mal das Steelbook auf und mal gucken, ob denn hier der gute Alex auch wirklich keine Delle übersehen hat. Aber, wie ich ihn kenne, bestimmt hat er es nicht übersehen. Oder? So, leider haben wir jetzt hier bei diesen 4K Steelbooks eben jetzt hier um auch nochmal diese Banderole festgebibbt. Und das ist eigentlich kein großer, auch scheiße. Hier geht es gut ab, aber hier geht es echt so scheiße ab. Und hier werden wir auf jeden Fall beschweren. Sehr gut. So. Dann haben wir hier im Alterverweiter. Und, ach Gott, ist die süß. So, nochmal hier die Banderole. Hier eben dann Captain Marvel. Und hier eben die Miezi-Katze. Und hier eben dann die Altersfreigaben in England. Und hier drüben eben dann haben wir dann die Innersangabe auf Englisch. Und hier haben wir eben dann das ganze Bonus-Material. Auch hier einiges vorhanden. Und hier unten dann die technischen Daten. Und hier seht ihr auf jeden Fall auch dann, dass dort German steht. Und dann können wir uns auf jeden Fall auch auf Deutsch angucken. Haha. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Da haben wir auch ein Bild gesehen, dass hier eben verschiedene Größe oder Höhen von diesen Banderolen gibt. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt eine schmale. Und dann haben wir jetzt hier eben das schöne Steelbook. Und das Ganze schaut hier so aus. Hat einen Hochglanz auf jeden Fall. Es ist sehr glänzend, sehr fingerbrutgefährd. Aber ich finde das Lendikular-Motiv finde ich hier schon mal sehr, sehr schön. Natürlich hier. Ach, die hübsche Captain Marvel, die leider ein bisschen überhyped ist oder, ja, überladen ist mit ihren Fähigkeiten. Und eigentlich müsste sie eigentlich den guten, ähm, na, fuck. Wie heißt er wieder? Rik, scheiße, Rik. Wie heißt er denn jetzt? Fuck. Wer fährt den Namen ein? Ai, 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 ai. Bin ich jetzt bescheuert? Wie heißt er denn? Der böse Licht aus, äh, Infinity War. Thanos, natürlich. Thanos bin ich eigentlich voll fast. Den Thanos muss ich jetzt hier komplett gleich mal wegrocken. Und ja, dann haben wir hier den Spine. Da steht dann Captain Marvel auch schön drauf. Und auch auf der deutschen Version steht hier Captain Marvel sogar drauf. Müsste sogar dieselbe Farbreihe sein. Von diesem Skibook. Sehr schön. Und wir machen auch hier mal die Rückseite ab. Und dann haben wir auf der Rückseite die Mieze-Katze. Ich liebe diesen Charakter. Muss ich wirklich sagen. Für mich die beste Hauptrolle von dem ganzen Film. Er macht auf jeden Fall Spaß. Und eben dann das Backmotiv von der deutschen Version. Und da muss ich wirklich sagen. Hat auf jeden Fall das Zavis die Mieze-Form. Genauso wie von vorne drauf. Also wirklich war heißer für hier. Und natürlich kann man auch die Lendikolarmotiv auch abmachen. Und wir haben hier auch eine extrem geile Prägung. Aber hier ist noch erstmal das Lendikolarmotiv. Es ist auch recht dünn wie der Bier. Auch schon bei den anderen auch von Zavi. Und hier eben dann trotz all dem ein sehr schöner scharfer Druck. Da kann man hier echt nicht jammert. Also keine Pixelbracht. Und auch hier eben dieses. Ja die Hände, die leuchten sogar ein bisschen. Und die Katze. Und dann haben wir dann das T-Book hier. Und wir haben hier sogar eine richtig geniale Prägung hier mit den ganzen Charakteren. Hier nochmal seht ihr das. Sehr steige Prägung von den Köpfen hier. Auch eine Rahmenprägung gibt es hier. Leider der Captain Marvel hier. Und das Schriftzug ist nicht geprägt. Auch die Katze ist nicht geprägt. Aber ansonsten die Charaktere sehr schön gestaltet. Also muss ich hier wirklich sagen. Geniale St-Book. Hätte ich echt nicht. Das war jetzt noch schön. Und ich erinnere mich einfach. Miau. So. Wir machen mal den Drill auf. Alter verwaltet. Das ist echt richtig schick. Echt wahr. Das ist echt richtig schick. Da haben wir einmal die 4K-Version. Mit demselben Motiv wie vorne drauf. Also hier sehr sehr schön. Alter echt. Zitem meckert es. Und dann haben wir hier noch die Plure-Version. Auch hier ein schönes Motiv drauf. Und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und auch. Wow. Haha. Das Innenmotiv in Farbe auf dem Motorrad. Auch das wirklich sehr sehr schick. Also hier. Das St-Book ist wirklich ein Hingucker. Und gibt es auch noch bei Zabi zu bestellen. Also jetzt schnell sein. Falls es ausverkauft sein soll. Also ich finde es hier wirklich sehr edel. Und sehr schön gestaltet hier. Aber wie gesagt. Ist natürlich wieder jedermanns Geschmack. Ich finde es sehr schön. Weil ich mag ja gerne buntes St-Books. Die ein bisschen pompös. Und ein bisschen farbenträchtiger sind. Also sterile und wenig Farbe. Mir heißt es. Steril. Ich habe heute echt Wortfühlstörungen. Schon mein fünfter Frühdienst in Folge. Und irgendwie bin ich jetzt echt ein wenig down. So. Sehr cool auf jeden Fall. Vielen Dank für den netten Verkauf. Lieber Alex. Und dann haben wir noch dann das nächste St-Book. Nämlich Avengers Endgame. Auch da habe ich mal das deutsche St-Book hergeholt. Auch da hat auf jeden Fall Zabi die Nase vorne. Einzige Manko daran ist an diesem St-Book. Wir haben hier weder auf der Blu-ray noch auf der 4K. So eine deutsche Tonspur. Sehr sehr schade. Aber wie gesagt. Da kann man jetzt hier drüber wegsehen. Denn man hat diesen Film entweder schon zu Hause. Oder man kauft ihn sich eben als Amorway günstig nach. Und ich mache einfach mal auf. Und dann gucken wir uns gerne mal das St-Book mal genauer an. Mal gucken, ob es auch genauso geil ausschaut wie das von Captain Marvel. Bin ich sehr gespannt. So auch hier haben wir wieder die 4K-Version. Auch hier ist oben wieder die Bannerule wieder festgeklebt. Wegen dem Label hier oben. Und ach du Scheiße. Das ist auch beschissen abzumachen. Jetzt haben wir einmal. Das haben wir schon mal. Und das haben wir auch. So dann schieben wir es mal vorsichtig hier raus. Ja. Mhm. Oh. Ich weiß, was ihr noch nicht wisst. Bestimmt. So. Okay. Wir machen erstmal die Bannerule wieder. Hier oben mit diesen Klebepupeln festgemacht. Das ist echt extrem kacke. Dann hier nochmal eben Avengers Endgame. Und hier auf der Rückseite dann die Inhaltsangabe zu dem Film. Und hier die ganzen Extras auf Blu-ray und auf der 4K-Version. Und hier eben dann noch die ganzen technischen Details zu dem Film. Wie gesagt, hier haben wir leider keine deutsche Tonspur. Und dann legen wir es mal auf Seite. Und ja. Jetzt kommen wir mal zu dem St-Book an sich. Das Lendikular. Schaut auch wieder sehr cool aus. Aber. Ja. Es ist doch schön. Es ist doch wirklich sehr schön. Und leider nicht ganz so scharf wie das von Captain Marvel. Muss man wirklich sagen. Hier eben dieser Übergang. Vorne drauf Captain Marvel. Der eigentlich fast so gut wie nicht auf dem Film eigentlich fast mitspielt. Aus den letzten 5 Minuten vielleicht. Jetzt seht ihr schon diesen Flip-Flop-Effekt. Also wirklich nur ganz minimal. Dann haben wir hier eben auf dem Spine auch Avengers Endgame draufstehen. Wie auch schon auf der deutschen Version. Unglaublich aber wahr. Hier. Wir haben auch hier auf der deutschen Version Avengers draufstehen. Sie haben dazugelernt. Und das Backmotiv. Hier haben wir hier nochmal Thanos. Ja. Jetzt weiß ich dir nach seinen Namen. Auch hier natürlich ein Hochglanz-Debug. Auch ein sehr schönes scharfes Bild. Leider nicht ganz so toll wie das jetzt von Captain Marvel. Muss man wirklich so eine Katze einfach hier ein bisschen hingucken. Aber im Großen und Ganzen ein schönes Debug. Dann machen wir uns hier mal auf. So schaut das Ganze aus. Und jetzt machen wir mal das Lendikular-Motiv ab. Wir schauen uns erstmal das Lendikular-Motiv an. Hier nochmal. Und hier wie gesagt der kleine Flip-Flop-Effekt. Wirklich minimal. Das Bild an sich schaut doch schon sehr schön aus. Aber es ist leider nicht ganz so scharf. Und es sind einfach vielleicht zu viele Charaktere drauf. Kann natürlich sein. Und hier natürlich auch nochmal die Dicke. Aber dafür das Steelbook ist wirklich der Wahnsinn. Denn wir haben hier eine kompletten Rahmenprägung. Mit einer kompletten Charakterprägung. Und da seht ihr hier auch Avengers ist nochmal geprägt worden. Also das schaut wirklich sehr sehr stark aus. Ihr seht hier schon. Der Glanzeffekt ist wirklich Wahnsinn. Und auch hier natürlich die Rahmenprägung von den ganzen Charakteren. Macht wirklich was her. Also das ist wirklich sehr sehr schön. Hier Avengers. Jetzt kann man es sehr gut erkennen. Die Rahmenprägung. Das ist auf jeden Fall wirklich sehr sehr geil. Hier nochmal ohne. Und hier haben wir jetzt eben drei Discs. Dann einmal hier die Blu-ray Version. Avengers Endgame. Mit Tony Stark. Hier Anfangsszene von dem Film. Dann haben wir hier einmal die 4K Version. Gerade auf dem Weg in die Vergangenheit. Oh nein. Jetzt habe ich gespoilert. Und dann noch hier einmal Black Widow. Yummy yummy yummy. Als Bonus Material. Inneren haben wir auch ein Backmotiv. Ebenfalls dasselbe Motiv, wie auch schon auf der Blu-ray enthalten ist. Ich finde es ein bisschen dunkel. Aber hier muss ich wieder sagen, es ist wieder im Motiv. Stört mich jetzt hier eher weniger. Das war auf jeden Fall das 4K-Steelbook zu Avengers Endgame und auch noch zu Captain Marvel. Und ja, was soll ich sagen. Richtig wunderschöne Steelbooks aus dem Lande von Großbritannien. Zu der neuen Veröffentlichung von den vorletzten Marvel-Veröffentlichungen. Leider fehlen jetzt noch die ganzen Spider-Mans, Homecoming und Far From Home. Die fehlen jetzt noch. Dann wäre nämlich die komplette Marvel-Universum im Steelbook von Zabi komplett. Ob die noch kommen, ich hoffe es. Aber ich eventuell auch nicht, denn die sind ja von Sony. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Nochmal vielen herzlichen Dank, lieber Alex, für diese ganz tollen Steelbooks. Und ich werde immer auf dich zurückkommen, weil ich ja weiß, dass du die Steelbooks immer zweimal dir kaufst. Falls eins verpassen sollte, weiß ich auf jeden Fall, wen ich anschreiben muss. Und nochmal vielen herzlichen Dank für alles, was du für mich machst. Danke, 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 danke. Auch nochmal viel herzlichen für das coole T-Shirt. Genial von Darth Vader, hier nochmal zum Angucken. Vielen Dank. Danke dir. Geil. Meine T-Shirt-Sammlung von Filmen wächst. Auf jeden Fall. Dank dir, mein Freund. Jo, okay. Das war's von mir. Wie gehe ich von euch die beiden Steelbooks zu Captain Marvel und zu Avengers Endgame? Lass uns doch Kommentare da. Würde mich freuen. Und guckt auf jeden Fall auch mal beim lieben Eppi vorbei. Denn er hat eben ein neues Reto-Unboxing rausgehauen. Und mal gucken, was er von sich alles so schönes gibt. Bis dann. Tschö mit Ö. Und Bip. 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 Bip.